Hallo Freunde, heute gibt es wieder ein Spaghetti-Gericht und zwar Aglio e Olio. Ja, es gibt viele, viele Variationen davon, aber es gibt nur eine traditionelle Variation und die ist in der Nähe von Neapel beheimatet und da sind die Italiener auch ganz stolz drauf. Da wird nämlich wirklich das gemacht, was der Name sagt. Knoblauch und Öl und nichts weiter. Bisschen Petersilie, bisschen Chiliflocken drüber, ja, das ist noch erlaubt, aber Käse, um Gottes Willen, man kann doch da keinen Käse rein machen. Italiener. Jeder kann es natürlich machen, wie er es möchte, natürlich, na klar. Aber, wenn man es dann traditionell nennt, dann ist es, ja, so wie ich es jetzt auch gemacht habe. Okay, viel Spaß dabei. Hier die Zutaten, wir brauchen Spaghetti, Knoblauch und Olivenöl. Wie es der Rezeptname auch schon sagt, diese drei Zutaten, also Wasser und Salz im Wasser natürlich noch dazu, entsprechen dem traditionellen Aglio e Olio. Für die Farbe ist legitim etwas Petersilie und Chiliflocken. Zuerst haben wir uns drei etwas größere Knoblauchzehen geschält und die schneide ich jetzt hier in feine Streifen. Wer nicht so viel Knoblauch mag, nimmt weniger, wer noch mehr mag, nimmt natürlich mehr. So, als nächstes bereiten wir uns schon mal die Petersilie vor. Dieses Gericht ist ziemlich schnell zubereitet, deswegen sollte da alles schon parat liegen. So, die Petersilie zu einem kleinen Päckchen zusammengedrückt. Und dann wird es einfach erst mal runtergeschnitten, noch etwas und durchgehackt. Und schon sind unsere Vorbereitungen fertig. Ich habe hier einen entsprechend großen Topf aufgestellt. Wie gesagt, immer zu beachten, ein Liter auf 100 Gramm Pasta. Und je nachdem, wie man es dann salzig haben möchte, 5 bis 8 Gramm Salz dazu. Und da hier an dieses Gericht kein weiteres Salz kommt, sollten die Spaghetti, in dem Falle hier Spaghetti, auch genügend salzig sein. Und wenn das Wasser so sprudelnd kocht, kommen hier unsere Spaghetti hinein. So, und jetzt ist es an der Zeit, uns um das Öl zu kümmern und ums Knoblauch. Wir geben hier genügend Olivenöl hinein. Das kann oder sollte sogar eins der guten sein, weil mit dem Geschmack steht und fällt natürlich dieses Essen. Und wir gehen hier auch mit der Temperatur nur auf einen mittleren Bereich. Wir sind jetzt bei 6 von 9. Und geben hier auch schon unsere Knoblauchscheiben hinein. Also das Fett muss nicht schon heiß sein. Der Knoblauch soll auch nicht unbedingt Farbe nehmen. Und wie gesagt, hier kommt auch kein weiteres Gewürz dazu, weder Pfeffer noch Salz. Es gibt Varianten, da wird jetzt schon Chili rangegeben oder auch Pfeffer. Aber traditionell macht man das wohl nicht. Wenn der Knoblauch so etwas durchsichtig wird, sagen wir es mal so, Farbe, sollte er nicht unbedingt viel annehmen. Und dann kommt jetzt aus unserem Pasta-Wasser eine Kelle dazu. So, unsere Spaghetti sind, schauen wir mal, heiß zumindest. Und sie sind al dente. Das heißt, wir können jetzt die Spaghetti umfüllen in unsere Pfanne. Also, wir können jetzt die Spaghetti umfüllen in unsere Pfanne umfüllen in unsere Pfanne. Geben jetzt hier ungefähr die Hälfte von unserer Petersilie dazu. Ich werde das Ganze jetzt noch etwas anrichten und zwar in der Form, wie es in der Nähe des Vesuvs üblich ist, nämlich in Trichterform. Gebe jetzt hier noch etwas frische Petersilie drüber, vom Chili-Granulat. Und fertig ist mein Gericht, Aglio e Olio. Wem das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Gerne auch jeden Kommentar, der euch gerade einfällt. Und ja, Abo abschließen, ist klar, wer es noch nicht hat. Und bis zum nächsten Mal.